Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei GlockaDocka und Winnestwind. Wir spielen wieder mal eine Runde Rocket League und heute wieder bei Nebelkaktus. Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Ich war ja jetzt schon länger nicht mehr auf diesem Kanal zu sehen, aber ich habe schon gesagt, dass ich eines Tages mal wieder dabei sein werde in den letzten Videos. Es ist länger her, aber jetzt bin ich mal wieder dabei für eine weitere Runde Rocket League. Ist auch wichtig, dass ich dabei bin, sonst geht hier nämlich nichts. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die erste Runde. So, los geht's in die Runde. Ja. Auf Urban Central. Okay. Soundshirt, 9194, keine Ahnung. Ja. Axolote. Oh, Axolote ist ein cool. So, du darfst fahren. Okay, okay, ich versuch. Nein, ich habe wieder den falschen Knopf mit Turbo gedrückt, das gibt's nicht. Das ist ein guter Start. Ja, ich drücke jetzt den falschen Knopf mit Turbo. Ah, ich bin zu alt. Man muss dazu sein, wir spielen gerade Wettkampf und nicht zwanglos. Also heute gibt es das echte Zeug. Okay. Nein, da haben wir noch. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, also mal gucken, wie heute die Performance aussehen wird. Ah, geblockt aber in unsere Richtung, scheiße. Egal, ich bin hinten. Äh, ja, das ist auch gerade richtig, ja. Boah, das war knapp. Oh, daneben geschossen, sehr schön. So, ich stehe da mal hinter dir im Tor. Kannst du ruhig drauf gehen. Naja, ich habe auf jeden Fall den Ball berührt, ne? Nicht gut, aber... Das erste reicht das jetzt. Ja. Mist, ein bisschen falsch. Aber von hier, von hier, nein, äh, komm, geh. Wir kommen noch daran, da, ne, Mist, voll daneben, das gibt's sogar nicht. Ich habe experimentiert, das hat nicht so funktioniert. Das ist der Gegend, das hat selbst funktioniert. Nein, ah, verdammt. Das war knapp. Oh, der Ball kommt nach vorne. Ja, 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 ja. Äh, ja. Ich habe ihn noch vorne. Ja, aber die anderen beiden sind schneller dran. Au, bei mir steht die Batterien des Controllers, sind beinahe leer, da muss ich nicht wechseln. Nein, ist dran vorbeigesprungen, ey, das geht so nicht. Sieht so knapp jedes Mal aus. Okay, okay, okay. Oh, ja, naja, ein bisschen zu hoch, schade, weil ich ja gut vorne. Ja, ja, toll. Ah, jetzt ist es gefährlich hier hinten, vielleicht. Äh, nein, beide dran vorbei, das gibt's doch nicht. Das erste Tor für die Gegner, nein. Die Gegner führen. Ja. Äh, grundschulhaftes Verteidigen. Alter, wir sind nicht gut. Letzt dran vorbei. Da merkt man, dass mir die Erfahrung fehlt, gerade. Ja, ich weiß, dass ich schon länger nicht mehr drin war. Oh, Mann. Oh, nein, 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 nein. Nein, dran vorbeigesprungen, komm schon seitlich dran vorbei. Ich wollte zuerst dran fliegen, aber da habe ich nicht springen sehen, da wollte ich doch nicht mehr dran fliegen. Ja, das war auch so knapp. Also gefühlt war es so knapp. Gegen ihr nicht auf die Fresse. Ich wollte dran vorbei, das gibt's doch nicht. Ja, wir kassieren gerade echt gut. Gleich wird's ja zweistellig. Nee, nee, das auf keinen Fall. Das glaube ich jetzt auch nicht. Nee, nee, höchstens neun. Gar nichts mehr. Hast du gesagt, höchstens neun? Neun, ja. So zweistellig würd's nicht. Ja, das ist der Topf, mein Fakt. Ich habe geprüftet, weil so neun gegen Tore wäre, wäre ja auch ein super Ergebnis. Ja, ja, klar, finde ich. Ah, da, da, ja, ja, läuft, wo es der Ball ist, aber auch, hey, Maury. Nein, denn, oh, nein, ich habe einen berührt, ah, nein, ich habe einen Mitspieler geführt. Und ja, es drüber, der kriegst du, ja, aber natürlich nicht richtig wie immer, ah, mein Auto. Der bleibt gerade die komplette Farbe. Nein. Scheiße, jetzt habe ich den noch mit abgewehrt. Wenn ich das springen richtig konnte, aber neun? Nein, 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 nein. Er geht fürs Erste daneben, aber ich freue mich noch ein bisschen hinten. Ich freue mich, weil ich gerade ein bisschen richtig gedreht habe. Ah, er ist auch dran vorbei. Oh, kriegst du den? Ah, nee. Ja, wohl, ja, doch. Man soll irgendwie ran. Ja, ist auf jeden Fall vorne. Na toll. Ich habe voll auf sie gespielt. Nein. Es sah schön aus, aber hat im Endeffekt nichts gebracht, was er ja gemacht hat. Es ist eine schöne Drehung gemacht. Ey, ach, nein. Boah, boah, ja. Oh, Ballkontrolle 99. Okay, ist das gut? Nein, hätte ich noch bekommen. Okay. Was ist der da? Eine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ja, natürlich. Einfach ausspielen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Falsche Richtung. Was mache ich? Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Boah. An die eigene Latte geschossen. Ja. Mit mehr Glück als Verstand. Ja. Ich habe keinen Boost mehr, egal, jetzt wird gedribbelt. Okay. Nein. Wenn ich nicht so weit gekommen bin. Aber habe ich auch nicht erwartet, dass ich damit weit komme. Geht mal. Bestes, ich wollte ihn ran, klappt nicht. Geh ran. Oh, jetzt rüber, aber ich komme nicht mehr dahin. Wahrscheinlich. Oder doch vielleicht. Oh, 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 ja, nein, 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 nein. Das war so knirsch. Ah, jetzt hat er mir sogar geholfen. Ja, jetzt habe ich dir nicht geholfen. ach komm schon nein oh ja das ist das gleiche über uns gerade ja sehr schön leider kein boost mehr egal weil es gibt so nicht was für eine parade okay das ist doch nicht nein läuft gut die erste runde ja aber dann irgendwas habe ich berührt aber wir haben seitdem wir darüber gesprochen dass wir auf die fresse kriegen kein gegenkommen ist ja das ist eigentlich auch gut na ja 0 zu 2 erst ich habe kein gut ich hätte meine chance aber ich hatte kein boost mehr erst rennen nach jahren meine güte was soll ja das soll die nächste mal egal wir suchen die nächste runde oder auch die letzte ich will lieber zwei runden ich weiß du fährst gern der unten aber die video länge die video länge so zweite runde ja so wird die letzte ja mal gucken wir zu reißen aber ist wettkampf schwieriger als das an der andere modus den ich sonst spiele eigentlich kompetitiv das andere zwanglos das heißt bei zwanglos gibt es keine ränge und bei kompetitiv geht es halt um die ränge deswegen ist es tendenziell weil kompetitiv kompetitiv auch immer schwieriger wobei ich natürlich auch darauf an welchen rang du hast okay also ich bin gerade dann immer noch ranglos weil ich länger nicht mehr gespielt habe und da haben wir jetzt auch hier nicht die über krassen gegner okay also ist gerade für uns das war auch gerade ich bin aber drauf wobei ich halbe und alle vier ja 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 keiner hat gerade was gutes geliefert oh mein gott nein falsche richtung ist denn hier los ja ich habe ja gut das war weltklasse ich habe mal was richtig gemacht jetzt er könnte ja 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 da ist ja 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 okay voll drauf voll drauf tor bus voll ich bleibe ich sein ja ich würde ja gut so habe ich habe direkt zu uns kommt der bleibt gerade mehr und weniger super gemacht wie bekannt aus dem hinter hast die möglichkeit gesehen die gelegenheit und hast ihn reingemacht so geht er also bis jetzt nicht bei einem sehr viel leichter die ersten waren aufschlagbar war ein bisschen echter ball hat dafür nicht ganz gleich er kommt wieder ja ich hasse mich ich bringe immer darum vorbei also das gibt soll ich dann haben die noch gar nicht auf direkten weg nach hinten ja das gute weil der ball kommt nicht mit meine kommt hinterher ich brauche mir scheiße egal wird gedribbelt ohne bus ja er hat der gegner ist er ich war ein ball vorbei und ich wollte eigentlich die gegner haben nichts getroffen so gerade sehr schön kommt jetzt noch zu mir schade recht scheiße aber kein schlechter ball ja aber da mal nicht ich habe nicht mal das auto zu bringen ich wollte ganz den ball ablocken aber der gegner ist leider mich reingefahren dann hat sich das erledigt ja da wo die gangster brille was die brille da unten okay du darfst erst du ich war okay da ist gefährlich aber der gegner ist nicht nah genug dran um den ball zu nehmen auch man rocket league ist nur zur reinen unterhaltung nein 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 arbeiten wir also brauchen das gibt so eine nehmlich ich wollte auch mit ball und habe dem fahrer getroffen ich war da dran aber wieder mal keine hilfe okay 22 hilfe das sah wirklich weltklasse aus da hält er ihn leider nicht leider nicht leider nicht das war ein tolles spiel ja ja alle lieben wenn man an den ball kommt das tor steht frei du bist auf einmal zerreißen die uns nach der folge erst mal gewartet ja dann geflogen da kam er den halt runter gespielt ok 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 kein problem ich verliere gerne hallo wir alle gewinnen ist doch langweilig werden schon gewinnen hallo die wind ist was für los ob klar der schiefer unterboden willst du mich verarschen ich habe theoretisch gefühlt mir der schnauze berührt und er drückt den ball gegen mein unterboden das war natürlich ich habe mir das schnauze berührt hallo ich habe es auch versucht ihr guckt ja aber habe ich habe mit der schnauze berührt und trotzdem hat er das ging man ja natürlich nicht ist erst die hält das halbe spiel zu ende ungefähr werden auch die gut zeit das zu drehen ja wir sagen auch zwei tore vor dann holen wir jetzt auch mal der kommt gefährlich aber gar nicht nicht wenn ich kann ich mal ein autobogen verdammt noch mal ich fahre wie dran vorbei nein deine chance aber zu lassen das heißt nicht so gut aus ja das war auch nicht gut ich habe kein tor mehr gedrückt jetzt abgekackt das heißt von mir nicht so gut aus ich spiele in die mitte ja sehr schön gut gemacht sehr schön genau weg der bloggleich das um ein chance gerade in die es gibt so nicht irgendein auto habe ich getroffen ja war dran ja macht er nicht schlecht nach land nicht dass du mich noch nicht ich hatte gegner gerannt ja der bus jetzt hätte ich hast du's ich wollte mit rum vorbei der erste kann ich dir nehmen jetzt fliege ich ich habe auch gedacht ich bin aber er geht nicht jetzt gekontert ich war zu langer zu kontern wie sie sehr schön 34 o mein gott ich weiß es nicht alles drin okay ein problem okay und du machst das 4 4 4 4 für die verlängerung oder du machst das 5 4 in der verlängerung ok ich habe schon wieder falsch da wirst du zu verstürzt rausgerückt ja wusste ich habe ja keine chance ja nicht so dass ich drücke als warte mal y x zum jana drauf das ist erlassen es gibt vielleicht noch nicht sehen egal einmal noch irgendwie werden um den ball bekommen du hast kein tor ja bloß kein tor kassieren dass das 50 klingt sich nein nein das und kriegen für mich ja keine 34 verloren um mein gott aber ich habe spielt aber die geht also ein fertig schein gut gespielt dann sind wir auch fair das passt ja das war es zwei richtig gute runden würde ich sagen ja jeden fall war okay würde ich sagen so erster und ein bisschen pech gehabt zweite runde ja wenn du so willst auch ein bisschen pech gehabt in der hinsicht das ist einfach knapper während stark war gewesen die gegner aber das war nicht die allerbeste performance von uns beiden würde ich sagen ja trotzdem hat es natürlich sehr viel spaß gemacht ja das stimmt das stimmt auf jeden fall okay würde ich sagen kurze reden langer sinn das war's mit dem video wenn es euch irgendwie gefallen lasst man aber das schaue es kommt klar wird die glocke like das video nebel kaktus und op glück oder können sind hier mit raus bis dann 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 bis